Dreht sich bei einer Bank alles nur um Geld? Ja, und zwar ums Geld unserer Kunden. Sie zum Beispiel gibt ihr Geld am liebsten für Goliath aus. In ihrem Alltag dreht sich alles ums Geld. Die zwei haben seit kurzem ein gemeinsames Konto. Ihnen sind Finanzen noch nicht so wichtig. Sein Business ist eine One-Man-Show. Und sie investiert in Windeln und Nuckis. Er denkt schon an die Zukunft. Geld gehört zum Alltag. Einige sparen es, andere geben es lieber aus. Und wieder andere machen gern Quatsch damit. Wir lernen von unseren Kunden, damit wir unsere Angebote gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln können. Wahnsinnig, was die Technik alles kann. Die Menschen sind heute so digital wie noch nie. Da machen wir mit. Mit eFinance hat man sein Konto jederzeit im Blick. Und mit den Apps sogar überall. Und auch für alle Fälle. Unsere Angebote machen das Leben einfacher. Sowohl im Kleinen wie auch im Großen Business. Und überall dort, wo man an die Zukunft denkt. Eigentlich erledigen sich Dinge nicht wie von selbst. Doch bei uns klappt das schon richtig gut. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich Spass macht. Das ist ein Beispiel. Oder das. Das. Und das. Das. Und das. Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir in die Zukunft. Und das. Besuch. Musik. Musik. Musik.